Ob das die Zukunft ist im April? Ich weiß es nicht. Hier in Dänemark ist es zumindest aktuell Realität. Und wenn es darum geht, dass es aber warm bleiben soll in der Zukunft für unsere Familien, für unsere Kinder, auch im Winter, dann habt ihr in Deutschland das Problem, dass ihr in der Regel nicht über eine Wärmepumpe verfügt. Und das ist die einzige Möglichkeit, Versorgungssicherheit herzustellen hinsichtlich dem Problem mit Gas und dem Problem mit Öl. Eine Wärmepumpe sorgt dafür, dass ihr auf Strombasis und zur Not kann Deutschland immer noch Atomstrom aus Frankreich importieren. Passiert ja auch jetzt, wenn die Regenerativen ausfallen, wenn die Sonne eben gerade nicht scheint oder der Wind eben nicht da ist für die Windräder, dann wird auch Strom importiert. Das heißt, diese Sicherheit haben wir weiterhin. Das heißt, die Wärmepumpe ist die einzige Möglichkeit, als Hausbesitzer für Sicherheit zu sorgen für die eigene Familie. Weil Frieren für die Freiheit kann ich mir nicht vorstellen für den kommenden Winter oder für die nächsten Jahre. Weil es wird ewig brauchen, bis wir genug Flüssiggas importieren können. Wir können es weder lagern, es kann nicht transportiert werden. Es gibt 500 Schiffe weltweit. Die meisten sind in der Gegend um Japan unterwegs, weil dort das Flüssiggas letzten Endes eingekauft wird. Es ist utopisch, die 55 Prozent Gas, die wir aus dem Osten importieren, irgendwie durch LNG zu ersetzen. Das muss einem klar sein. Und Frieren für die Freiheit ist nicht nötig, wenn ihr einmal abcheckt, ob für eure Immobilie tatsächlich die Wärmepumpe in Frage kommt. Ihr habt derzeit eine Förderung vom Staat bis zu 45 Prozent, je nachdem, wann das Video jetzt bei dir über den Äther kommt. Das heißt, jetzt die Möglichkeit für Versorgungssicherheit zu sorgen über eine Wärmepumpe ist besser denn je. Also verzichte aufs Gas, verzichte aufs Öl, aber verzichte nicht auf Wärme für die Familie im eigenen Haus, wie das hier eben in Dänemark in ganz vielen Gebäuden der Fall ist. Im Umfeld dieses Videos einfach mal auf den Button klicken, auf den Link klicken und dann abchecken, inwiefern das bei eurer Immobilie möglich ist, möglichst schnell und eben günstig durch den Staat als Förderung auf eine Wärmepumpe umzusteigen. Bis zum nächsten Mal.